Super Mario Bros. Wanda Test. Garming Glück in seiner reinsten Form. Willkommen zurück, Gamer. In diesem Video tauchen wir tief in die lebendige Welt von Super Mario Bros. Wanda 1, einen Spielwunder, das Zeit und Raum überschreitet. Schnallt euch an für eine aufregende Fahrt, während wir uns auf eine epische Reise durch dieses ikonische Franchise begeben. Schnappt euch euren Controller, setzt eure Garming Brille auf und stürzen wir uns direkt in dieses umwerfende Abenteuer. Von bescheidenen Anfängen als 2D-Side-Scrolling-Plattformer bis hin zur bahnbrechenden Augmented Reality-Sensation hat das Super Mario Bros. Wanda Franchise-Generationen von Spielern in seinen Bann gezogen. Dieses Video erkundet die Entwicklung des Spiels, taucht ein in seine fantastische Welt und entdeckt seine innovative Spielmechanik. Lasst euch in eine Welt voller Launen, Wunder und purer Freude entführen. Super Mario Bros. Wanda bietet ein aufwendig gestaltetes Universum mit farbenfrohen Landschaften, fantastischen Kreaturen und sorgfältig gestalteten Levels. Jede Stufe fühlt sich wie ein einzigartiges Kunstwerk an, das sorgfältig geschaffen wurde, um eure Fantasie anzuregen und das ultimative Spielerlebnis zu bieten. Super Mario Bros. Wanda fordert mit seiner innovativen Spielmechanik die Grenzen des traditionellen Gamings heraus. Erkundet verschiedene Umgebungen, manipuliert Objekte in Echtzeit und interagiert mit virtuellen Elementen, die nahtlos in die reale Welt integriert sind. Taucht ein in die fesselnde Handlung und begleitet Mario auf einer epischen Suche, um Prinzessin Peach aus den Klauen des bösen Bosa zu retten. Für die aufstrebenden Spiele-Designer da draußen stellt Super Mario Bros. Wanda einen leistungsstarken Level-Editor bereit. Erlebt den Nervenkitzel, eure eigenen einzigartigen Mario-Levels zu erstellen und mit der Community zu teilen. Taucht ein in den Multiplayer-Wahnsinn und verbündet euch mit Freunden vor Ort oder online, um gemeinsam Herausforderungen anzugehen und die weite Welt zu erkunden. Super Mario Bros. Wanda hat sein Vermächtnis in der Spielegeschichte festgelegt. Es verbindet Generationen und schließt die Lücke zwischen nostalgischen Erinnerungen und dem modernen Zeitalter des Gamings. Die Kombination aus beeindruckender Grafik, bahnbrechender Spielmechanik, fesselnden Handlungssträngen und Multiplayer-Wahnsinn zeichnet dieses Spiel aus. Also, liebe Mitspieler, setzt euren Klempnerhut auf und begebt euch auf dieses epische Abenteuer, das ein Beweis für die Macht des Spielens als Kunstform ist. Super Mario Bros. Wanda erwartet euch. Lasst uns gemeinsam Garming-Glück in seiner reinsten Form erleben. Super Mario Bros. Wanda ist nicht nur ein Spiel, sondern eine Erfahrung, die Spieler aller Altersgruppen fasziniert. Es kombiniert geschickt die Nostalgie und den Charme dem klassischen Super Mario Bros. Spiele mit innovativer Technologie, um eine völlig neue Art des Spielens zu schaffen. Die fantastische Welt von Super Mario Bros. Wanda ist voller Überraschungen und Geheimnisse. Jeder Level ist wie ein kunstvolles Puzzle, das darauf wartet, von den Spielern erkundet und gelöst zu werden. Die liebevoll gestalteten Landschaften sind mit Details gefüllt, die die Fantasie anregen und eine immersive Spielerfahrung bieten. Die AR-Technologie von Super Mario Bros. Wanda ist revolutionär. Sie erweckt das Spiel buchstäblich zum Leben, indem sie Mario und seine Abenteuer in die reale Welt integriert. Spieler können Mario durch ihre eigenen Wohnzimmer rennen lassen, Hindernisse überwinden und Power-Oops sammeln, als wäre er wirklich dort. Die nahtlose Verbindung von virtueller und realer Welt eröffnet völlig neue Möglichkeiten für das Gameplay und sorgt für eine unglaublich immersive Spielerfahrung. Neben der fesselnden Einzelspieler-Erfahrung bietet Super Mario Bros. Wanda auch einen aufregenden Multiplayer-Modus. Spieler können sich mit Freunden zusammenschließen, um gemeinsam Rätsel zu lösen, Herausforderungen zu meistern und die Welt von Super Mario Bros. Wanda zu erkunden. Die Zusammenarbeit und das Teamwork bringen eine neue Dimension des Spaßes, während man sich gemeinsam im Abenteuer stellt. Der Level-Editor von Super Mario Bros. Wanda ist ein weiteres Highlight des Spiels. Er ermöglicht es den Spielern, ihre eigenen einzigartigen Mario-Levels zu erstellen und mit anderen zu teilen. Die Kreativität kennt dabei keine Grenzen, und die Community kann sich gegenseitig mit ihren Level-Designs beeindrucken und inspirieren. Dadurch entsteht ein lebendiges, kreatives Ökosystem, das die Spieler immer wieder mit neuen Inhalten und Herausforderungen versorgt. Super Mario Bros. Wanda hat sich in der Welt der Videospiele einen festen Platz erobert. Es ist ein zeitloses Franchise, das die Herzen der Spieler erobert hat und weiterhin neue Generationen von Spielern begeistert. Mit seiner einzigartigen Kombination aus fesselnder Handlung, innovativer Spielmechanik und kreativem Design ist Super Mario Bros. Wanda ein herausragendes Beispiel dafür, wie Spiele zu Kunstformen werden können. Also schnapp dir deinen Controller, setz deine Garming-Brille auf und tauche ein in die magische Welt von Super Mario Bros. Wanda. Erlebe das Garming-Glück in seiner reinsten Form und lass dich von diesem außergewöhnlichen Spielwunder verzaubern. Die Handlung von Super Mario Bros. Wanda ist ein spannendes Abenteuer, das die Spieler in eine faszinierende Geschichte eintauchen lässt. Mario, der berühmte Klempner und Held des Pilzkönigreichs, macht sich erneut auf den Weg, um Prinzessin Peach aus den Klauen des bösen Bosa zu befreien. Doch diesmal ist die Reise noch epischer und aufregender als je zuvor. Im Laufe des Spiels durchquert Mario eine Vielzahl von atemberaubenden Welten und begegnet einer Fülle von Charakteren, darunter seine treuen Verbündeten wie Luigi und Tod sowie neue faszinierende Figuren. Jede Welt ist einzigartig gestaltet und bietet eine Vielzahl von Herausforderungen, Geheimnissen und Bosskämpfen, die es zu meistern gilt. Die Spielmechanik von Super Mario Bros. Wanda bleibt dem klassischen Mario-Stil treu, bietet jedoch auch neue aufregende Elemente. Spieler können Mario durch verschiedene Bewegungen und Sprünge steuern, um Plattformen zu überwinden, Feinde zu besiegen und Münzen zu sammeln. Dabei werden sie mit bekannten Power-Oops wie dem Superpilz und der Feuerblume ausgestattet, die Mario zusätzliche Fähigkeiten verleihen. Die Augmented Reality-Technologie von Super Mario Bros. Wanda ermöglicht es den Spielern, das Spielgeschehen auf ihre eigene Umgebung zu projizieren. Sie können Mario buchstäblich durch ihr Zuhause, den Garten oder andere Orte navigieren und dabei aufregende Abenteuer erleben. Die AR-Integration eröffnet neue Möglichkeiten für kreative Spielansätze und interaktive Erfahrungen. Die Grafik von Super Mario Bros. Wanda ist beeindruckend und detailreich. Jeder Charakter, jedes Objekt und jeder Hintergrund ist mit Sorgfalt gestaltet, um eine lebendige und immersive Spielwelt zu schaffen. Die lebendigen Farben, die flüssigen Animationen und die liebevollen Details verleihen dem Spiel eine visuelle Brillanz, die die Spieler begeistert. Super Mario Bros. Wanda ist ein Spiel, das sowohl erfahrene Spieler als auch Neulinge anspricht. Es bietet verschiedene Schwierigkeitsgrade, sodass jeder Spieler auf seine Kosten kommt. Ob du ein nostalgischer Fan der ursprünglichen Super Mario Bros. Spiele bist oder zum ersten Mal in die Welt von Mario eintauchst, Super Mario Bros. Wanda bietet ein unterhaltsames und zugängliches Spielerlebnis für alle. Insgesamt bietet Super Mario Bros. Wanda eine einzigartige und fesselnde Spielerfahrung, die die Grenzen zwischen virtueller und realer Welt verschwimmen lässt. Es ist ein Spiel, das die Magie des Spielens einfängt und Spielern jeden Alters Freude bereitet. Also schnapp dir deinen Controller und mach dich bereit für ein Abenteuer voller Spaß, Herausforderungen und unvergesslicher Momente in der Welt von Super Mario Bros. Wanda! In der Videobeschreibung finden Sie Links zu allen Geräten, damit Sie mehr über die Spezifikationen und Preise erfahren können. Vielen Dank, dass Sie sich unser Video angesehen haben. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren und uns einen Daumen nach oben zu geben, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank. Vielen Dank.